Ja, dann musst du das hier mal ein bisschen weg holen. Wo gehört der Hühner hin? Da! Ja genau, voll! Mir? Da! Der hängt ab? Ja! Und die Hühner? Alles gut! Gut! Mir auch! Und die Kühe? Da! Da, genau! Ja! Das Pferd? Ja! Schweine? Ja! Trecker? Ja! Und der Bauernmoor! Oh! Fertig! Toll! Ganz toll gemacht! Ja! Davon wird sie jetzt noch lesen? Ja! Kannst du das alleine? Oder soll Oma helfen? Ja! Nur eins zur Zeit! Ja! Ja! Das ist ja alles neu. Sollen wir jetzt dieses hier mal gucken? Hier. Sollen wir da mal reingucken? Guck mal, da ist ein kleines Lamm, das macht Mäh. Und was ist das? Wasser. Au!